Erstmal weiter hier mit Reportage, zweites Rennen, alle drin und Start. Start erfolgt, preist der German Toad Annahmestelle auf der Rennbahn. Die Pferde kommen am Publikum vorbei und vorne geht Sabrina Wand gleich mit Jungle Boogie an die Spitze. An der Innenseite ist Let's Dance in zweiter Position, Elea dicht auf und dahinter sieht man James Cook. So geht es in den ersten Bogen hinein, Kommando hat Jungle Boogie, macht Tempo weiter. Ganz innen ist dann Let's Dance in der zweiten Position zu sehen, Elea auf dem dritten Rang vor James Cook. So geht es auf die Gegenseite in diesem Moment und der kleine Vorteil für Jungle Boogie, der ist hier Programm an der Innenseite. Let's Dance, zweites Pferd, dicht dabei vor Elea und dann ist James Cook dahinter, auch noch bei der Musik. Mitte gegenüber sind die Pferde und Jungle Boogie mit innen Let's Dance. Jungle Boogie, Let's Dance an der Innenseite, weiter vor Elea mit James Cook dabei. Und so geht es gleich schon in den Schlussbogen hinein, der wird angesteuert. Let's Dance kommt an die Seite von Jungle Boogie. Auch Elea geht noch gut, wie man sieht, dahinter wird dann bereits James Cook etwas angeschoben von Alex Peach. Jungle Boogie ist vorne, Jungle Boogie mit Let's Dance innen, Elea bleibt hier dran und dahinter scheint James Cook den Anschluss zu verlieren. Die Pferde erreichen jetzt den Einlauf, Let's Dance an der Innenseite mit Jungle Boogie außen. Let's Dance, Jungle Boogie, Elea ist dahinter in Position. Jungle Boogie, aber Let's Dance an der Innenseite. Let's Dance, Let's Dance vorne mit Jungle Boogie, Let's Dance, Jungle Boogie weit vor Elea. Let's Dance knapp im Vorteil, Jungle Boogie bleibt dabei. Let's Dance mit Jungle Boogie, aber Let's Dance, das Debüt klappt gleich mit einem Sieg für die Samum-Tochter in den Karlsruf-Farben. Let's Dance gewinnt mit Mikael Kadidou vor Jungle Boogie, Eleas dritte und vierter James Cook. Let's Dance, Jungle Boogie, Eleas dritte und vierter James Cook. Der vorläufige Richterspruch Dortmund Wambel, zweites Rennen, Siegerin die sieben, Let's Dance, zweiter die eins, Jungle Boogie, dritte die sechs, Elea und vierter die vier, James Cook, vorläufig sieben, eins, sechs und vier. Untertitelung des ZDF, 2020